Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge und zwar geht es heute um der Herr der Ringe wieder mal und zwar um Tom Bombadil. Ja, das ist natürlich eine ganz mystische Person in Herr der Ringe und keine Sau weiß eigentlich, was es mit diesem Vogel auf sich hat. Er sieht halt aus, als ob er auf Drogen wäre oder als ob er andere Sachen zu sich genommen hätte, aber er ist ein sehr liebenswürdiger, naja, jetzt wollte ich schon sagen Mensch, aber es ist ja kein Mensch. Es ist auch kein Zwerg, es ist auch kein Hobbit, man weiß es einfach nicht. Es wird vermutet, dass er natürlich ein Maya ist, denn ganz genau wird das natürlich nicht gesagt, was er ist. Ein Valar, das würde ich eher doch bezweifeln, das wird auch nicht gesagt, aber manche wollen sogar behaupten, er wäre Melkor getan, das würde ich aber auch ausschließen. Was will denn ein Bösewicht in einem alten Wald und tanzt durch die Gegend und hüpft und singt und so und auch der Urvater, das wäre natürlich auch was ganz Interessantes, weil viele sagen ja auch, vielleicht ist der ja auch der Urvater, der alles erschaffen hat und dass das sozusagen eine Tarnung ist. Weil er tut immer so, wenn man Tom Bombadil fragt, wo er herkommt, gibt er nur Rätsel sozusagen und er hüpft halt den ganzen Tag durch den Wald und singt und lacht und oh Gott, als ob einer auf Drogen wäre. Tom Bombadil ist aber sehr, sehr friedfertig und wird nicht aggressiv, also er ist nicht aggressiv gegenüber den Hobbits gewesen. In der Herderringe im Film wurde leider Tom Bombadil komplett rausgelassen, leider bin ich wirklich enttäuscht, das wäre eine geile Szene gewesen, in der Gefährten mal in den alten Wald reinzugehen und bei Tom Bombadil Hallo zu sagen. Er lebt natürlich in einer abseits geschiedenen Hütte mit seiner Frau Goldbeere, die Tochter der Wasserfrau sozusagen, der Weidenwinde. Die ist jetzt nicht so mystisch, würde ich sozusagen sagen, aber doch, sie hat halt eine Schönheit der Elben und hat auch die Herzlichkeit eines Hobbits. Das muss ich nur noch sagen, aber sonst weiß man leider auch nicht so viel, außer dass er goldblonde Haare hat, anmutig und still beschrieben wurde. Also auch ziemlich mystisch, aber Tom Bombadil ist ja das, worum es heute eigentlich geht. Tom Bombadil besitzt Macht sozusagen nur in seinem Wald, der Alte Wald. In der Alte, also der Alte Wald verlässt er ja auch eigentlich gar nicht, aber er ist auch sehr gut befreundet mit Bauer Margot, den kennen wir ja, denn der jagte die Hobbits aus dem Feld raus, wie wir wissen im Film. Und nochmal zu kurz zu dem Film, ich finde es wirklich schade, dass er Tom Bombadil rausgelassen hat, das hat mich wirklich sehr, sehr enttäuscht, denn das ist wirklich eine besondere Person und irgendwie wäre es schon geil gewesen, wenn er sich auch mal zeigen lassen hätte und naja, denn er war eine wichtige Person, er hat nämlich Mary und Pippin geholfen, den alten Weidemann, das ist ein Baum, ein verfluchter Baum, der hat nämlich Mary und Pippin gefangen genommen, wollte beinhart zerquetschen, aber dann kam natürlich Tom Bombadil und hat sie natürlich gerettet und hat die dann auch fürstlich eingeladen in sein Haus, zum Essen, zum Trinken und zum Schlafen. Natürlich musste er nochmal den Hobbits helfen und zwar, wo dann die Hobbits zu den Hügelgräbern gegangen sind, sind sie auf Grabunholde gestoßen und die haben das Leben natürlich sehr, sehr bedroht und deswegen kam nochmal Tom Bombadil und hat natürlich die Grabunholde nochmal verjagt. Wenn man bei YouTube eingibt, ähm, Lied Tom Bombadil, kriegt man verschiedene Lieder, die einem vorgesungen werden und die sind schon irgendwie ganz schön eigenartig, ne. Tom Bombadil hat natürlich verschiedene Namen und zwar einmal Bombadil, Ältester, den geben die Hobbits aus dem Bockland, die nennen aber gleich Tom Bombadil, ne, so die Hobbits zumindestens. Gandalf, die Elben aus Bruchthal nennen ihn Iramain Ben-Adar, der Älteste und Vaterlose. Die Menschen nennen ihn als Oralt, der Uralte und die Zwergen als Forn, der aus ferner Vergangenheit stammte. Ein ziemlich bekannte Person ist er doch, denn die Zwerge kennen ihn, sogar die Menschen kennen ihn und sogar die Elben kennen ihn und sogar Gandalf. Ich find's halt nur schade, dass Gandalf nix darüber sagt über Tom Bombadil, es wäre ja mal schön gewesen, wenn er noch ein bisschen mehr sagen würde, aber Peter Jackson hat ja einiges nicht bekannt gegeben beim Film und Tolkien an sich hat auch jetzt nicht so viel über Tom Bombadil herausgegeben, ne. Außer dass es auch noch eine Geschichte über Tom Bombadil gibt, so ein kleines Hörbuch hab ich mir mal schon mal reingezogen, das geht glaube ich zwei, drei Stunden und da fährt man schon einige Sachen, aber trotzdem speziesmäßig erfährt man da trotzdem nichts. Dann gibt's wieder Leute, die sagen, naja, wegen seinem blauen Gewand, was er anhat und diesen Gürtel und den ganzen Kram, könnte man ja denken, das wäre der von den zwei Zauberern, die zwei blauen, Alatar und Palando, dass das der dritte blaue ist, aber das glaube ich ja eher weniger, weil es wurden ja nur fünf Istaris nach Mittelerde geschickt und keine sechs, weil sonst wäre Tom Bombadil ja ein Magier und Gandalf hätte ja auch wissen müssen, hier, das ist ein Magier, ne. Aber das ist auch ein Fake, bin ich der Meinung, so ein totaler Quatsch. Ich vermute bei meiner Meinung, dass das der Urvater ist, einfach ein getaner Gestalt, denn selbst der Ring hat auf ihn einfach keine Wirkung. Im Buch wird's perfekt beschrieben, dass Tom Bombadil von Frodo mal den Ring nimmt und aufsetzt und er wird einfach nicht unsichtbar. Er bekommt keine besonderen Kräfte und wird auch nicht unsichtbar. Also, ich glaube, Tom Bombadil, das hat das gerade gar nicht richtig gejuckt. Außerdem wird ja auch gesagt, dass Tom Bombadil der Letzte wäre, den Zauberern sozusagen bei seiner Herrschaft einnehmen würde. Wer weiß, ob es überhaupt Zauberern schaffen würde, weil Tom Bombadil, naja, wenn man dem ans Gesicht schaut, der ist ja nur am Lachen, ne. Und, äh, deswegen, was haltet ihr eigentlich von Tom Bombadil? Ist er auch ein Lieblingscharakter von euch? Also, ich bin der Meinung, er ist ziemlich cool und ich finde es schade, dass er im Film nicht aufgetaucht ist. Vielleicht kommt er eines Tages und was ihr von Tom Bombadil haltet, würdet mich auch mal interessieren. Und deswegen, ähm, schreibt es doch mal in die Kommentare und dann bedanke ich mich. Tschüss und bis bald.